Game Design Today ist die erste umfassende zeitgenössische Ausstellung zu Videospiel und Videospielkultur am Museum für Gestaltung Zürich. In der Ausstellung sind 25 Studios zu sehen, von internationalen Arbeiten bis hin zur nationalen Produktionen. Und ganz besonders freut uns auch, dass wir zahlreiche Spiele von ZADK-Absolventinnen in der Ausstellung repräsentieren können. Die Ausstellung Game Design Today beschäftigt sich auch mit gesellschaftlich drängenden Fragestellungen und zeigt dort das Potenzial von Videospielen auf, diese für eine breite Zielgruppe aufregend neu aufzubereiten. So beschäftigen wir uns beispielsweise mit dem Großbereich Klimakrise, aber auch mit Themen wie Migrationspolitik oder Gender Interversity. Wir zeigen aber auch auf, dass dort Games nicht Halt machen, sondern dass sie auch in andere Teilbereiche diffundieren, wie beispielsweise Forschung, Therapie oder Bildung. Die Ausstellung lädt ein, viele der Games selber auszuprobieren und zu testen und sich verzaubern zu lassen von den Figuren und Geschichten, die darin wohnen.